Die sechs wichtigsten Werte für mein Leben und für mein Geschäft. Meine Entscheidungen basieren auf dieser Wertvorstellung. Mein Name ist Sultan Beutusch, ich bin der Betreiber und der Eigentümer von der Webseite www.dxn-moccafe.at und www.inter-network.at. Ich bin ein empathischer Online-Networker. Respekt gegenüber anderen Menschen. Ich glaube daran, dass jeder Mensch selbst entscheiden darf, was er meint, was er glaubt, solange er dieses Recht von anderen nicht entzieht. Ich akzeptiere die andere Meinung, solange die anderen akzeptieren auch meine Meinung. Ich weigere mich, in Hautfarbe, in Religion oder in Abstammung zu denken. Die Anständigkeit. Ich arbeite sehr gern mit Leuten zusammen, auf dessen Wort man Gift nehmen kann. Gandhi hat gesagt, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Ich möchte in einer Welt leben, wo die Anständigkeit und die Ehrlichkeit hoch geschätzt wird. Warum werde ich nie unhöflich oder wirbellos sein? Und meine Versprechungen will ich so lange halten, bis mein Puls zu spüren bleibt. Wenn ich in etwas nicht sicher bin, tue ich es nicht versprechen. Das ist für mich so einfach. Das Wissen. Seitdem ich mich mit Network Marketing beschäftige, ich bilde mich ständig weiter. Ich habe immer den Mangel gesucht, die Fachgebiete, wo ich eine Weiterbildung benötige. Und bis jetzt habe ich das auch immer gefunden, weil meine Leistung steigt immer und meine Erfolge von gestern sind kleiner oder weniger als von heute. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Vorgehensweise ist das beste Rezept zum Erfolg. Der Ausdauer. Ich habe die Ehre für diejenigen, die hartnäckig und fleißig für ihre Ziele arbeiten können. Sie geben nicht auf, solange sie ihre Ziele erreicht haben. Die Empathie. Das ist sehr wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch gleichwertig, aber nicht gleichförmig ist. Das heißt, jeder funktioniert, arbeitet ein bisschen anders. Darum gebe ich mir Mühe, dass ich meine Vertriebspartner so unterstütze, wie sie das brauchen. Bei mir gibt es keine pflichtende Methode oder Werkzeuge, die jeder benutzen muss. Die Hauptsache ist, dass jeder in seinem Geschäft wohlfühlt und erfolgreich wird. Die Gründlichkeit. Ich habe große Erwartungen mich gegenüber. Ich will immer ganze Arbeit leisten, egal ob das ein Video ist oder eine Webseite. Hervorragende Produkte kann man nicht mit dilettantischen Mittel erfolgreich weiterempfehlen. Wenn sich professionelle Fachleute konkurrieren für unsere Aufmerksamkeit, wir müssen auch professionelle Werkzeuge oder Mittel verwenden, sonst werden wir versagen. Das ist ein Video.